Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf YouTube-Kake Michael Wendler egal. Egal. Ja und ich hoffe ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Ich hoffe ihr genießt auch das wunderschöne Wetter. Ist echt schön, gefällt mir. Kann so bleiben und muss nicht unbedingt wärmer werden, ein bisschen noch. Du siehst so scheiße aus, mit einem langen Arschhaar, weil ich schöner fand, weil da kein Geniss war. Sag nichts, du sagst dir nichts, ich weiß nichts, ich schreib dich noch einmal, ist er denn aus dem Saal oder liebst du den DJ? Hey, du hacktest mich nach wie... Hallo? Ja du warst in meinem Arschhaar. Alter. Der darf nirgendwo fehlen, oder? Ein Kenner-Youtube-Kake. Eigentlich finde ich ja schon das ganze Lied von Michael Wendler egal. Ist ja eigentlich schon eine YouTube-Kake, ne? Also, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr Menschen rein aus Interesse verfolgt, also die Musik, die mögt, ne? Ähm, aber einfach so Social-Media-Aktivitäten und was der im Livestream gesagt hat und wie er mit Fans umgeht und sowas. Ähm, das hat mich damals immer so mega interessiert, ne? Und, äh, da gab's ja also, Michael Wendler hat mehr Skandale als, äh, die Bundesregierung zählen kann. Und, ähm, ich, ich, mir ist es noch nie passiert, dass ein Mensch, den ich nie persönlich kenne, so unsympathisch von Anfang an ist. Also, ich glaube, wenn ich den sehen würde, also, ich, ich, keine Ahnung, ich würde so kacke auf den reagieren. Das ist einfach so, weil, weil der ist so ein unsympathischer Typ. Ja, das ist mir absolut egal, was er macht. Ah, schön. Arschloch, wie ich verscheiß mich ein. Das ist ja mit der Eure, ne? Ah, schön, ey. Ja, das war ein ganz kleiner, äh, Quickie zwischendurch. Ich danke für den, äh, wunderschönen Vorschlag. Und, ja, ich bin mal gespannt, was er noch so in Zukunft von Michael Wendler hören werden. Ähm, bin ich mal wirklich gespannt, was er noch so für Bomben droppt. Ähm, es gibt ja so Leute, die, die mögen zum Beispiel die Abolnie, ne? Gesangstechnisch brauchen wir da ja nicht drüber reden. Ähm, als Songwriter ist er, äh, gut, ne? Aber gesangstechnisch brauchen wir ja, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, aber bei ihm ist es wenigstens so, dass man, also, bei ihm kann man einfach, von Anfang an weiß man, dass, äh, dass, äh, wenn, wenn, wenn er was sagt, das in satirischen Ton sorgt, ne? Oder zu Unterhaltungszwecken. Und außerdem gibt's ja von ihm nicht so viele übelst, also gut, ja, die Frauen, jetzt mal die Frauengeschichten, weg, aber, ähm, sonst gibt's ja von ihm jetzt nicht so übelst krasse, ähm, negativschlagzeilen. Der hat zwar auch ein paar, aber, wie schon gesagt, Michael Wendler sammelt die wie Punkte, ne? Wie Punkte in Flamesburg sammelt der irgendwie negativschlagzeilen. Ich, ich hab so manchmal das Gefühl bei ihnen, äh, dass es von ihnen so, so, so eine Taktik ist. Aber es gibt auch viele, die, die bauen ja ihren, ihren Fame auf, auf Ruhm auf. Und, ähm, ich hab irgendwie das Gefühl bei denen manchmal, der, der versucht das auch irgendwie über die Sparte. Dass er sich irgendwie noch ein bisschen, ähm, ja, Fame abgreifen kann, weil der wird ja, ja, ne? Immer egaler. Und, ähm, ja, mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt, was, äh, noch so auf uns zukommt. Wir werden bestimmt noch einiges von ihnen hören. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.